Das Messer war direkt in dem sein Kobo. Direkt drinnen! Du musst mir RPG mit schnellem Nachladen nehmen! Alter, weißt du wie schnell das Ding fliegt? Das Ding ist wie eine Silvester-Rakete. Wieso haben die jetzt alle Positionen? Sind die nochmal ganz glatt, oder was? Warte mal, ich hol mal kurz B, wenn ich so... Red Snig! Pass mal auf! Der Projekt da, da muss man aufs Maul fliegen. Kann das sein? Hast du B? Hast du B? Ich hab A. Mann, bei A bin doch ich! Idiot! So Red Snig, warum kämpfst du hinter der Ecke? Warum? Warum hast du Second-Geficke drin? Ich hab gleich... Ich habe gleich keine Lust mehr. Nein, bitte, bitte. Ich hab 56... Amitoku! ...dreißig... 56... ...dreißig... ...dreißig... Ich entschuldige mich für diesen Fail. Müsste ich für dein ganzes Leben entschuldigen, Alter. Das kann nicht sein! Hacker... ...Ass-Holes... Oh Gott, was ist denn das für Noob? Wer? Keine Ahnung... Keine Ahnung... Alle haben so Eliminator drin! Ich muss gleich mal ne Granater drin ins Holzhaus her! Es kostet doch ne Zeit! Du kämpfst ja wieder Fotzen dahin! Oh! Das Ding saß! Hoffentlich stecken jetzt ganz viele Splitter in denen hier im Körper! Alter, das waren so rollig! It's 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 it! Content, du! Ich bin bei C! 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 Ich sichere C! Ich hoffe, ich kann es auch halten! Ich sehe nicht! Das kann nicht sein! Ich hab mich grad... Du hast doch C! Jetzt haben sie auch wieder... Loil! Loil! Raus mit euch! Loil! Loil, du Hure! Pass mal auf! Du fliegst gleich raus! Raus mit euch! Sollte... ...ich dich... ...noch... ...einmal... ...mit... ...eliminator... ...er... ...wischen! Raus mit Niedrig und Kuhn! Contendo! Du Fotze! Oh, 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 oh! Please do not use bad words! Ah, jetzt waren sie... ...zwanzig dumm! Ach, dann guck! Hm... ...kipp grüte Musik... ...hooooh... ...kipp da so RBG geflogen! Wir müssen mal hier... ...die Teams müssen mal ordentlich aufgeteilt werden! Das ist jetzt das Erfolg! Kacke, wie die schon zocken! Es sei denn, wir wechseln, dass wir ins SLS! Was? Was? Pass mal auf! Contendo... ...ist... ...ein... ...hilfss... ...schüler... ... ... ... ... Hoffentlich mobbt mir das jetzt! So richtig... So richtig nieder! Da riecht sich über meinen Namen auf! Da riecht sich schon über den Niedrig und den Kuhnt auf, man! Vor allem Kuhnt, die heißen Kuhn und nicht Kuhnt! Ich... ...dennächst komm ich nicht mehr geholfen! S.A.S. noch mal S.A.S! Äh... ...ist spät! Er hat gerne gefangen! Team Deedmatch! Du bist auch bei Deedmatch! Wolltest! Und bist denn du grad? Da... äh... ne... äh... Ja! Hm... Pass mal auf, Doni! Ich werde jetzt auch ins S.A.S. wechseln! Weil ich spiele nicht gegen dir! Ich war nämlich jetzt kurz schon wieder vor'n Ausraster! Bist du im S.A.S? Okay, ich geh ins Spätzenhaus! Boah, ich will nicht treffen! Ich will töten! Noll! Deine Mutter ist schwanger! Okay, aber in welchem Team bist du okay? Der hat mich grad mit C4 erledigt! Mit C4! Och, ja, immer nachladen! Immer über nachladen! Äh, die fühlt sich ja arschkul mit ihrem... Ja, ich hab dich überhaupt nicht beschossen! Es waren nur drei Kugeln in deinem Hals! Mehr nicht! Es sind solche Abgehärteten! Ja, aber ich hab ihn Leute getötet! Das sind... Boah, das sind alle Ironmans! Hm, komisch! Boah, das kann nicht sein! Ich hab den anvisiert! Na gut, ich hab gesprayt! Wenn die nicht bald den Eliminator rausmachen! Muss ich die töten! Hm, der nimmt noch meine Waffe aufs, das Arschloch! Wo ist er denn? Komm! Komm! Komm, Pussy! Komm! Jawoll! Das kann nicht sein! Na, Luftschluck, weißt du nah auf! DU FOTTE! Jetzt macht's das halt mir ordentlich bumm! Was schießt denn dort schon wieder? 11, 8! 11, 8! 11, 8! 12, 8! Donny, beruhig dich! Och, ne! Jo! Kem! Hei! Ihr! Elimi! Na! To! Nein! Mein, ups! Weg, jo! Vote Kick out! Wer ist denn out? Das war jetzt ein Fail! Das war jetzt ein Fail! Ich hab nur durch Granat geschmissen! Kommst du! So gebückt doch, Ekrem! Da hab ich dich umgebracht! Nein! Der hat mich gesehen! Ich hab schon gesehen, wie du an der Wand geraten bist, du kleine Pussy! Ich muss nachhören! Du müsstest anscheinend mal rumloopen! War schon wieder innen mit der Eliminator-Scheiße drinne! Schon wieder! Der liegt immer noch hier! Helikopter in der Schutz und Bereitschaft! Ja! Ja, was? Nein! Der verbindete Hubschrauber! Ich will den verbindeten Hupen! Verbindete Hubschrauber! Die liegt da dort um auf dem Dach mit Eliminator! Jawoll! Ich hab euch keinen Lust mehr! Ganz ruhig! Nur noch ein paar Runden durch! Team wechseln SHS! Ah! Halt Pussy! Toll! Einen Schuss hätte ich noch! Dann bräuchte ich drücken! Junge! Das musst du doch merken! Ah! Jawoll! Hier! Mach ein M4! Gürli! Wenn ich den Namen schon lese! G! Ausrufezeichen! R! Großes L! Kleines Y! Das kann in der Zeit, dass ich ja niemanden töte! Hilfsschüler! Hilf! Hilfesuchende Schüler! Haha! Such mal Hilfe! 7 zu 4! Ich bin Erster! Muss ich verarschen! Jawoll! Gürli! Kleine Pussy ist das nämlich! Spätzi Pussy! Spezial! Ich hab grad jetzt Team geweckt! Jawoll! Ich bin wieder Gürli! Team Wechsel SHS! War wieder Auto Ausgleich oder was? Nee Robert! So ein Anti-Auto Ausgleich! Ich Campe hier! Du kannst ja wirklich auch nichts mehr anders machen als Campe! Es sind einfach zu wenig drauf! Hier ist der Hund in der Katze verreckt! Was ist denn hier los? Wechseln wir mal beide in den Spätznas! Nee! Ich will was bei der SRS! Die macht mir grad gute Laune! Äh! Mein Freund! Äh! So läuft das aber nicht! So läuft das mit los! So läuft das ja Farmack. So läuft das ja Winter! Was ist denn da das neue frenteige Fenāte? Das kommt nicht wirklich gut! Äh! Pass mir auf! Wieder! WIDER! WIDER! Bleiben wir mal ganz ruhig! ECHEINN ratios renowned! Du hast donnerst noch! Weiterkehrt! Du wirst das ernsthaft! Ich kann euch nicht wiederholnen. Ich will aber einfach nur helfen, dein tookyi! Ich habe sie eben saure Gurke ausgeschreiten. Wer ist das? Wer ist das? Na, das von mir. Irgendwann hast du einen Aimbot drin oder was? Ich weiß nicht, was der Aimbot ist, also fragt mich gar nicht solche Sachen erst. Warum habe ich dich nicht getroffen? Ich habe ruhige Hand drinnen mit einer P90. Meine ruhige Hand wirkt bestimmt bloß beim Schleudern deines Penises, weißt du? Warum brauche ich da eine ruhige Hand? Ach, na gut, du brauchst ja eine nervöse Hand. Na, krack! Was war denn das? Das war ich. Dreif. Das ist glaube ich nicht, Robert. Lauf der Angriffenbereitschaft. Na ja, Gurli. Soll ich mal was sagen? Das ist der Pussy. Mann, ich war doch nur ein vom Heli, du Hure. Ich will. Granate. Granate. AKU. Gurli. Das war jetzt nur... Oh ja, jetzt hat er mich gesehen. Jetzt wollte er mal cool sein. Jetzt wollte er einfach mal cool sein. Ja, wollen wir das mal durchgehen lassen. Wollte halt mal cool sein. Mann, der hat wieder Eliminator. Ich war eins vorm fucking Heli. Dauernd töten die mich mit Eliminator. Halt den. Halt den. Halt den. Eich Gott. Die Spray da habe ich in der Luftwaffe. Ich habe schon wieder einen Luftangriff. Luftanschlag nicht verfügbar. Hätte der mich jetzt wieder erwischt. Ich hätte den Aufgesuchten getötet. Aufgesucht. Gürli, pass mal auf. Wir wollen nur kurz klarstellen, dass du eine Pussy hast. Das ist das Erste. Und zweitens, du hast überhaupt nichts drauf. Du hast ja noch gar nichts drauf. Komm, ich brauche einen Kill. Robert, schenkst du mir einen Kill? Irgendjemand schießt den nämlich auf mich. Gürli, pass mal auf. Ich stecke dir gleich mein Skorpion in den Putz. Und drücke mir ganzes Mal ganz hinter dir. Nicht in deinem Team, nee. Ich habe getroffen, aber leider nicht getötet. Ich möchte aber töten. Ich treffe. Ja, Gürli, pass mal auf. Du provozierst mich hier schon seit längerer Zeit. Endlich ein Heli, Alter. Endlich. So, hier. Ich habe auf drei Mann geschossen. Drei Mann hat einen Eliminator drinnen. Das ist eine Noobstunde. Das darf nicht wahr sein. Aber schreibt man letztlich schon wieder eine SMS. Das kann es ja wohl nicht sein. Eine SMS. Tjosi, kommst du, Tjera? Der Tjosi, schreibe mich zum Tjera. Wie kommt Fußball angucken? Ich glaube es ja wohl nicht. Schreibt die mir. Ich habe heute noch gesagt, Fußball ist... Ich habe einen Noobstunde wieder deaktiviert. Da war der Red Snake. Ich hätte dich erwischt. Ich wollte schon den nächsten anvisieren. Der liegt da mit seiner Scheißpistole. Dort liegst dich in. Wie es immer aussieht, wie die sich so rumstrampeln am Boden. Achso, Nier. Oh, der Projekt, du fliegst gleich raus. Ich wollte das nochmal... Äh, was? Volt, Kick Sony? Warum? Hier steht was. Warte mal. Camper. Du mal N. Mach einfach N. Jordan. Oh, das hast du schon hingehalten.